Hallo, willkommen bei American Baker in Germany. Ich bin Michelle und heute machen wir unser Backenbasiswissen sehr irgendwie weiter, indem wir lernen, wie man selbstaufgehendes Mehl macht. Wir brauchen nur zwei Zutaten Mehl und Backpulver. Man nimmt 125 Gramm Mehl und tut zwei Teelöffel Backpulver dazu. Und mischen. Das war's. Für amerikanisches selbstaufgehendes Mehl ist das 125 Gramm Mehl, eineinhalb Teelöffel Backpulver und eine Prise Salz. Kleiner Unterschied aber ähnlich. Ich hoffe dieses Tutorial war für euch hilfreich. Für mehr Rezepte und Tutorials besucht unsere Webseite bei americanbakeringermany.de. Wir sind auch auf Facebook und Instagram. Abonnieren nicht vergessen!